Moin Jungs und herzlich willkommen auf dem offiziellen LGA-Kick-Highlights-Kanal. Dieses Video enthält wichtige originale Kommentare unter den Clips. Diese müssen zum besseren Verständnis der Highlights beachtet werden. Viel Spaß! Aber es liegt daran, dass die meisten Leute dumm sind. Zum Beispiel aus einem Kollegen. Ich rede jetzt nicht von mir. Ich rede wirklich jetzt plausibel erklärt von dieser. Du weißt. Zum Beispiel. Ich sehe mal aus einem Kollegen und der macht, keine Ahnung, der seufzt voll, macht Partys und so. Du bist doch dumm, wenn du zu deiner Frau gehst und sagst, nee, nee, ich hab nur, um dich so selber reinzukriegen, ich hab nichts gemacht, aber der, der war krass, der macht Partys. Dann weißt du doch, was das für ein Typ ist. Was hält die denn davon, wenn du mal mit dem unterwegs bist? Und die hat ein paar Frauenprobleme, aber das geht noch, dann mach das auch. Was kannst du denn? Du kannst doch nicht deiner Frau sagen, ja, der nimmt mich auf Partys. Nichts gelügen, Mann. Leute gelügen, Mann. Wo sind die Leute drauf? Ja, der muss Tor, erste zwei Weißen geben. Der muss drei, vier Tors geben. Die gleich jährlich, Bruder. Storm. Liegung, Mann. Wenn keine Liege kommen aus, wenn sie wasser ist. Meine Frau singt mittlerweile in Sons. Kühl, kleinen Kühl. Oh, Indianer drin. Adler, Indianer. Ja, schmackhafte Sümmchen. Wenn dein Vater noch ein Mensch wäre. Gestern war mit Pferde voll. 4-1-1. Und Löwengesicht. Biff. Ich hätte auch mehr erwartet. Aber dafür gibt es jetzt noch mal die Sipper-Sappings. Ja, da ist gut. Jetzt sind wir eigentlich auf sieben. Eigentlich raus, ne? Aber gestern hat der Easy auch wieder einen Online. Ich war gestern erst mal nur mal so zu sagen. Gezockt bis 11 Uhr morgens. Ja. Kann geil, Bruder. Ich war übervorsichtig. Mein Cousin hat mir einfach nur diesen BMP. Jetzt mache ich manchmal BMP, manchmal USDT. Das ist so crazy. Ich habe von Stake auf Binance ausgezahlt. So. Von Stake auf Binance ausgezahlt. Ich habe nicht ausgezahlt, weil ich hatte hier diese 100%. Ich konnte die nicht auszahlen. Da steht ja immer 100%. Dann habe ich gespendet auf meinen Cousin seinen Account. Und dann, das mache ich öfter, dann soll der von seinem Account auszahlen. Dann habe ich dann die USDT-Adresse geschickt. Oh, super, Bonus. Doch. Und 3 Müller. Es sei denn, er gibt jetzt 24. Dann schwein. Bei 24. 3 Müller. Aber 24. Es geht weiter. Ich bin fragt, okay, wir versuchen es. Jetzt nicht. Lass uns das Thema beenden. Wisst ihr was? Ihr habt auf jeden Fall schon mal... Oh, mal 4. Ihr habt auf jeden Fall schon mal eine Sache geschafft. Ich habe das Eigenstoff geschissen. Aber ihr habt es geschafft, dass ich es versuchen werde. Lass uns aber nicht das Thema jetzt zum Stream machen. Wie wäre es mit 4 Löwen? Oder Frau. Frau hinten vorne. Immer nur Schrottzeichen. Das ist doch nicht so ein... Das Einzige Gute ist, du kriegst dann immer deine 100x hast du bei dir. Aber mehr ist nicht... Alter, was ist das denn? Gibt doch mal... Werd doch mal x5, x7b... Nee, glaubt der. Das ist aber Schrott-Summen gerade. Wenn du jetzt keine 1000x zahlst, dann ist das das erste Mal. Also 1000x, 100x. Komm, noch mal ein Indianer. Der kommt auch nie, der Indianer, noch mal. Der kommt nicht. Das ist keine 100x. Das ist das erste Mal, dass er, glaube ich, keine 100x zahlt. Zwei Runden, 400 Euro, aber kann. Nee, mit diesem Dreckszeichen kann er eben nicht. Der kann doch auch 50 Euro. Komm, mach mal einmal. Lass uns doch immer dieses... Ey, das wollte ich euch sagen. Wenn du Superbonus hast, achte hier auf die Tiere. Diese Walze, wo der nicht ist, der Indianer. Die Tiere sind... Ja, da ist es Zoo auf einmal. Nie gibt es hier... Achtet mal jetzt darauf. Achtet mal jetzt darauf. Seht ihr irgendwo ein Bild mit drei Tieren, ohne diese Zeichen dazwischen gibt es nicht. Beim Superbonus Zoo. Duisburger Zoo hat aufgemacht. Schof, nie. Zwei Tiere maximal. Sag mir, wo du einmal drei Tiere sitzt. Bitte, ich will das sehen. Oh, Pferdchen, Pferdchen. Es ist an der Zeit. Sehr angenehm. Aber sag mal, wo du jetzt... Ich schwöre, Duisburg Zoo. Zoo. Nie. Nee. Aber bei den Superbonusen sind so Sachen aufgefallen. Wie dieses X1, wo wir uns gefragt haben, warum steht da X1. Das steht da, weil die Leute bei den Indianern, die zeigten seinen Wert. Alles gemacht, oder alles gesehen. Ach so, was auch hier oft passiert, wenn der einmal zwei Indianer gibt, kommt der nochmal zweimal. Habe ich auch gelernt. Aber nicht immer. Das ist keine Garantie. Aber ich sage, es kommt nochmal zwei Indianer. Aber ob das Bild so gut wird, das ist fraglich. Aber es kommen nochmal zwei... Der zwei Indianer gibt es, es kommen wieder zwei. Wie viele? Ja, zwei Mille. Schau, guck mal. Zwei. Sind wir zehn Mille fast. Nee, neun Mille. Joli, die Prozent, denkst du, sind wir? 20, vielleicht. Schwester. Schwester, 50. Nee. Also nicht 50, aber jedenfalls 46. Noch 53. Echt? Krass, ne? Dann sind wir... Nein, der Weger ist nicht so an bis 35. Wir haben noch was für... Nee. Eine Stunde, 20 Minuten. Krass. Das ist der Indianer. Die Macht des Indianers. Das hat uns auf Lund aufgebracht. Das kann man nicht verklagen. Das kann ich noch nicht raus. Aber jetzt... Komm, war tu mir eingefallen. Bei sieben schlag mich so ziemlich wie die Bullen, ich wollte aus dem Auto gezogen. Zieh mich bei sieben weg, wie die Storm vorgeht. Auf zwölf Euro mit Aktivierung, vier Euro. Und da kommt auch... Das ist gestern. Das ist ein Aussage, Tim. Das ist... Guck mal. Es gibt 10er. Es gibt 31er. Und es gibt meinen Vorsitzenden. Und Drahtstattin. Und Drahtstattin. Und es gibt alles auf einmal. Joel, mein Vorsitzender war jetzt drei Spiele. Warte. Der muss einfach ein Super-Tor bekommen. Drei. Ich will ja keine... Also fünf will ich schon, aber das erwarte ich. Drei Stück mit Munition. Nochmal drei. Nochmal. Das erwarte ich. Und nochmal... Und nochmal... Das erwarte ich auch. Und nochmal ein Dreckigen. Bam! Zehn. Zehn. Zehntausend. Scherger. Boom. Die Boah. Die Gebarheit. Freischspiele. Lecker. Kippe nie, aber... Drahtstattin. Drahtstattin. Ja. Das ist das Recht. Die Blauen. Die Blauen machen keinen Spaß mehr. Sag ich euch ehrlich. Das ist... Oder sag ich euch ehrlich. Die Blauen machen keinen Spaß mehr. Oder die Blauen machen keinen Spaß mehr. Aber ich glaube, der Wälder ist von Neuen. Wenn ich mich... Doch, der Wälder ist von Neuen. Weil er zieht ja noch... Wenn er abziehen, sind die korrekt. Wo man den Bezugstern packen. Aber so ein 6 Mülle ist safe. Die einmal verdoppeln. Nicht für 2,35er. Alles gut. Aya, aya. Aya, ooo. Aya, oya. Oya, bê. Stimmt. Aya, schulderu. Tänne, hau. Tänne, hau. Riedsmit. Mach mal ein Töner. Na klar, ich konnte es. Das ist jetzt ein W. Das ist nicht so. Ich habe nicht mehr. 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 Scheiße, der verarscht mich. Komm, noch ein W. Hier unten. Verlänger mit 5 Köpfen. Überall Schwert darüber reicht mir. Egal was da für ein Müllzeichen. Oh, stark. Nein, hier wäre er nur drüber. Der hätte drüber gehen müssen. Aber siehst du, noch was Schwerter. Komm doch mal. Aber ist okay, wir haben einen Tor. Komm, komm. Komm doch mal. Ah, nein, nein. Zwei Schwerter Minimum. Ja, aber der hinten nicht. Aber ist das was? Ja, das war auch 2800. Der letzte Jahr, der muss einfach drüber sein. Aber ist zwei Sinne. Drei Euro Einsatz, Bruder, ist okay. Erstmal. Ja, ist okay. Drei Euro× Bis zum nächsten Mal. Euer Schwerter itiler. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Tschau. Turf char.